Schöne Zwei-Zimmer-Wohnung, Berlin Tempelhof in der Sanierung, mittlerer Bielen-Bereich, der Flohbereich, Decke kommt auch runter, kommt alles weg, dann zwei Zimmer, eins davon mit Balkon, eins davon mit Balkon, eine große Ruhküche, aber wir fangen hier mal mit, im schönen, hellen, großen Wohnzimmer an, oder im ersten Zimmer. Ruhige Seidenstraße, 6-7 Minuten zum Tempelhofer Hafen, also sehr entspannend und sehr ruhig gelegen, Hauptstraße ist so 800 Meter weit weg. Blick in die Diele, eins, was auf jeden Fall bleibt, ist die Einbauküche, große Wohnküche, mit Spüle und Herd, sowie eine Einbauküche, mit Hängeschränken und Unterschränken, und immer noch, obwohl die Einbauküche drin ist, sehr, sehr viel Platz. Die Kamera kommt leider weg, weil die brauchen wir am neuen Wannbad, aber dafür haben wir eine super Einbauküche, und noch genügend Platz, um schöne Tüche aufzustellen, und zu frühstücken, oder Mittag, oder Abend, oder zu frühstücken. So, gehen wir zum zweiten Zimmer mit Balkon. Da sind wir schon im zweiten Zimmer mit Balkon. Die Dienen sollen ja abgeschliffen werden, damit es noch freundlicher wirkt. Da haben wir die Tür nämlich auch schon abgeschliffen. Das sieht einfach mal klasse aus. Aber das sind kleinere Balkon. Aber ein Stuhl, ein kleiner Tisch geht auch drauf, oder zum Rauchen. Da haben wir jetzt die ruhige Seitenstraße. Wenn jetzt Frühjahr oder Sommer hätten wir ein Schinkengrün, so haben wir natürlich im Erbst fallen die Blätter natürlich runter. So kann man natürlich dann nicht ändern. Blick in das Zimmer. Balkonseilig gesehen. Jetzt fehlt das Wichtigste noch, das ist das Wannenbad. Die Wand kommt raus, da hinten die ehemalige Kammer kommt zum Wannenbad dazu, damit das Balk schön groß und freundlich wird. Dann ist es auch ein richtiges Wannenbad. Sieht richtig gut aus. Dann sind wir durch die Wohnungsweizimmer. Dann sind wir dann wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Schönen Tag, schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Zujahr. Gol wo ist Mosch. Ho. Rück rein.